Musik Egal, ob Sie ein Gadget-Enthusiast sind, der es liebt, Gadgets zu sammeln, oder ob Sie jemand sind, der auf der Jagd nach zufälligen Geräten ist, die Ihr Leben ein wenig leichter machen. Sie sind auf dem richtigen Video gelandet, denn dieses Video zeigt einige besonders coole Gadgets, die Sie sehen müssen. Ghost Drohne Ghost ist die am einfachsten zu fliegende Drohne, und Sie können sie auch fliegen, wenn Sie kein Profi sind. Mit der Smartphone-App und der GoPro-Kamera kannst du mit diesem Gadget zum Filmemacher aus der Luft werden. Es ist kein schwerer RC-Controller für den Transport erforderlich. Sie brauchen auch keinen Co-Piloten, denn Sie steuern das Flugzeug mit einem Klick per Telefonbefehl. Die Kamera bleibt im Auto-Follow-Modus auf Sie fokussiert. Sie können die Höhe und Ausrichtung der Drohne durch Verschieben der Stangen steuern. Die Höhe wird über eine vertikale Leiste gesteuert. Die Drohne wird durch eine horizontale Stange gedreht, wodurch die Kamera den bestmöglichen Winkel einnehmen kann. Ghost wird vollständig montiert und einsatzbereit geliefert. Die Drohne und das Smartphone kommunizieren über eine kleine G-Box miteinander. Der 2D-Gimbal sorgt für stabile Aufnahmen und passt für eine GoPro. Sie brauchen weder einen Kameraden noch einen teuren Hubschrauber. Alle ihre Abenteuer lassen sich schnell aufzeichnen und mit Freunden teilen. Kaddi Kaddi ist eine brillante und freundliche Toilette, die so groß ist wie eine kleine chemische Toilette. Seine intelligente Leuchtanzeige zeigt an, wann es Zeit ist, die Flüssigkeitsflasche zu entleeren. Der separate und abnehmbare Feststoffbehälter fasst 3,9 Gallonen oder 14,7 Liter, während die unabhängige Flüssigkeitsflasche 1,7 Gallonen oder 6,5 Liter fasst. Kaddi ist aufgrund ihrer robusten und langlebigen Konstruktion die bevorzugte Toilette für Reisen und das Leben abseits des Netzes. Kaddi stinkt nicht wie andere tragbare Toiletten. Dieses Gerät verfügt über einen internen Ventilator, ein selbstschließendes Ventil und einen wiederverwendbaren Kohlefilter für jeden einzelnen Kritiker. Flüssigkeiten bewegen sich vorwärts, wenn die Platten geteilt werden, während sich Feststoffe rückwärts bewegen. Nachdem Sie die Hygieneartikel und das Toilettenpapier verbraucht haben, legen Sie sie in einen separaten Behälter. Geben Sie sie in einen separaten Behälter, schließen Sie die Platten, drehen Sie das Rührwerk mehrere Male. PowerX Energy Suit Wenn es um Ihren Gas- und Elektroboiler geht, ist PowerX Heat eine schnelle, selbst zu installierende Plug-and-Play-Lösung, die Sie dabei unterstützt, sich zu informieren und vorteilhafte Anpassungen vorzunehmen. PowerX Heat spart Ihnen automatisch Geld, wenn es installiert ist, im Gegensatz zu anderen Sensoren, die Sie kontrollieren müssen. Um Ausfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen sich keine technischen Komponenten im oder am Wasser befinden. PowerX Water ist mit allen gängigen Rohrmaterialien, PVC, Kupfer und Stahl und Größen von 0,75 bis 1,5 Zoll kompatibel. Für Ultraschall-Wasserzähler ist dies ein Novum. PowerX Electricity lässt sich problemlos in Ihrer Schalttafel installieren. Smart Clean Vision 5 Die tägliche Reinigung mit einem Reinigungsmittel und fließendem Wasser oder einem Brillentuch kann die äußere Schicht der Brille reinigen. In den kleinen Verstecken der Gläser verbergen sich eine Menge Gesichtsöl und Staub. Smart Clean Vision 5 nutzt Ultraschall-Vibrationen, um das Wasser zu schütteln und so Schmutz, Staub, Dreck und Öl von allen Stellen der Brille effektiv zu entfernen. Durch das schicke Design und die kompakte Größe ist ein Ultraschallreiniger nicht länger ein klinisches Gerät. Er ist eine Stilaussage. Er ist um ein Vielfaches erfolgreicher als die Reinigung Ihrer Ausstellungen mit einem Tuch. Aus sterilen Gründen sollten wir die Gläser häufig mit einem Ultraschallreiniger reinigen. Es braucht nur zwei bis drei Minuten, um Ihre Gläser so glänzend wie nie zuvor zu machen. Hop-E.E. Mit Hop-E.E. können Sie die gleichen frischen Craft-Biere in Ihrer Küche genießen. Für die Verwendung dieses Geräts sind keine Braukenntnisse erforderlich. Stellen Sie Ihre Lieblingsbiere her, wenn sie am besten sind. Hop-E.E. liefert die authentischen Zutaten, die von den Brauern verwendet werden, übernimmt die gesamte Überwachung und informiert Sie, wenn das Craft-Bier zum Verzehr bereit ist. Stellen Sie Ihr Craft-Bier her, indem Sie Ihre Zutaten gären lassen. Sie haben das fortschrittlichste Gärungsgerät für das Heimbrauen auf Ihrem Tresen. Mit dem Brewers-Mod von Hop-E.E. können Sie experimentieren und Ihre Getränke herstellen, um sie mit einer DIY-Community für Anfänger und Experten zu teilen. Plato. Ein neuartiger Ansatz zur Analyse Ihrer laufenden Gärung ist Plato. Dabei handelt es sich um eine neu gestaltete Luftschleuse, die Informationen über die Gärung Ihres Biers direkt an Ihr Handy sendet. Er zeigt Ihnen zum Beispiel die spezifische Dichte, die Gäraktivität, den Alkoholgehalt und die Umgebungstemperaturen an. Für jede Charge liefert ein einzigartiger Gärungsanalysebericht ein analytisches Verständnis der Vorgänge. Plato dient auch als digitales Areometer mit zusätzlichen Funktionen. Plato ist immer mit dem Internet verbunden. Sie können die Daten über die Plato-App abrufen. Das macht es einfacher, Ihre Ergebnisse nachzuvollziehen und zu reproduzieren. Neorythmus. Zahlreiche im Alltag beobachtbare Phänomene lassen sich auf den Elektromagnetismus zurückführen, da er eine der vier Grundkräfte des Universums ist. Von Energie und Konzentration bis hin zum Schlaf und darüber hinaus nutzt Neorythm seine Kraft, um Frequenzen zu erzeugen, die den Geist dazu anregen, in seinem bevorzugten Zustand zu funktionieren. Neorythm verwendet einen maximalen magnetischen Fluss von 25 Gauss, der in den sicheren Bereich für den Heimgebrauch fällt und dessen Wirksamkeit und Unschädlichkeit wissenschaftlich erwiesen ist. Ein Team von Wissenschaftlern hat Neorythm sorgfältig programmiert, um einen bestimmten dominanten Rhythmus zu erzeugen, der die natürlichen Wellenfrequenzen des Geistes widerspiegelt. Die schlaffreundlichen Kopfhörer Neidbuds arbeiten mit einer App zusammen, um ihren Schlaf auf intelligente Weise zu steuern. Die Neidbuds wurden in Zusammenarbeit mit Schlafforschern entwickelt und helfen ihnen, ihre Entspannung auf natürliche Weise zu verbessern. Finden sie den idealen Ruhepol, um sich zu entspannen und sich von Stress, aktiven Gedanken, Schnarchen und lauten Nachbarn zu lösen. Diese geschmeidigen und kleinen Ohrstöpsel sind ideal für Seitenschläfer und werden tief im Ohr versenkt. Die Neidbuds sind die dünnsten In-Ear-Bluetooth-Ohrhörer der Welt. Sie sind weniger als 6 mm dick und fast dreimal so leicht wie herkömmliche Ohrstöpsel. Die Neidbuds sind so konzipiert, dass sie die ganze Nacht über bequem zu tragen sind, ganz gleich, wo sie sich befinden. Better Back Wie geht's Ihrem Rücken? Und dem Nacken? Könnte wahrscheinlich besser sein. Better Back macht es einfach, richtig zu sitzen und Rückenschmerzen zu reduzieren. Eine gute Sitzhaltung fördert die positive Einstellung und verbessert die Stimmung, das Selbstbewusstsein, die Motivation und die allgemeine Gesundheit. Nehmen Sie sich jetzt ein paar Sekunden Zeit, um sich neu zu positionieren. Wenn Sie sitzen, berührt Ihr Rücken wahrscheinlich nicht einmal Ihren Stuhl. Das liegt daran, dass viele Stühle nicht ergonomisch sind und eine schlechte Körperhaltung fördern. Jeder Stuhl mit Better Back ist bequemer als jeder andere Stuhl, den Sie zum Arbeiten oder für längeres Sitzen verwenden können. Transformertisch 3.0 Ganz gleich, wer Sie sind, wo Sie wohnen oder wo Sie leben. Der Transformertable 3.0 ist für jeden gemacht. Die Signatur, die Couchtische, die Bänke, die Hartholztische und die Stühle in diesem innovativen Gadget wurden mit dem Ziel entworfen, einladende, schöne und wertvolle Räume zu schaffen. Die erweiterbaren Esszimmertische sind in Größen von 18 Zoll bis 118 Zoll erhältlich und verfügen über eine integrierte Verlängerungsfunktion, mit der Sie den Tisch an jeden Raum anpassen können. Die brandneue Transformertisch-Kollektion umfasst fünf wiedererkennbare Modelle. Der Thekenhöhe, der Transformertisch, der Kaffeetisch, die Transformersitzbank und die Transformerstühle. Der Transformertisch ist komplett aus Hartholz gefertigt und macht in jedem Wohnbereich einen guten Eindruck. Dieser ausziehbare Tisch ist perfekt für jedes Haus und kann auf eine breite Palette von Größen von 18 Zoll bis 118 Zoll eingestellt werden und bietet Platz für bis zu 12 Personen. Chopbox Die Chopbox vereint fünf wichtige Küchenwerkzeuge in einem einzigartigen Schneidebrett und macht damit bis zu fünf Werkzeuge überflüssig, die nur einmal verwendet werden können. Sie haben mehr Platz in Ihrer Küche für die Aufbewahrung und Organisation und müssen nie wieder nach kleineren Werkzeugen wie einer Küchenwaage oder einem Küchentimer suchen oder diese aufbewahren. Mit dem in das Schneidebrett eingebauten desinfizierenden UVC-Licht macht die revolutionäre Chopbox das Desinfizieren von Messern und Schneidflächen einfach und bringt keimfreies Kochen in Ihre Küche. Sie können Ihre Messer in die Mitte zwischen die beiden Schneidflächen stellen und das kleine, aber intensive 254 Nanometer UVC-Licht einschalten, um sofort bis zu drei Messer und beide Schneidflächen gleichzeitig zu desinfizieren. 99,99 Prozent der Bakterien werden in einer Minute UVC-Lichtbestrahlung abgetötet. Sobro-Smart-Beistelltisch Da der Sobro-Smart-Beistelltisch viele Dinge ersetzt, spart er Ihnen auch Platz. Mit diesem raffinierten Gadget sind Ihre Getränke dank der leisen, thermoelektrischen Kühlschublade immer gekühlt und griffbereit. Die Kühlschublade ist aufgrund Ihres leisen Betriebs ideal für das Schlafzimmer. Jetzt müssen Sie nicht mehr mitten in der Nacht Ihr warmes Bett verlassen, um ein erfrischendes Getränk zu holen. Die Oberseite des Sobro-Beistelltischs verfügt über eine integrierte kabellose Ladestation für zwei Telefone. Auf der Rückseite befinden sich außerdem zwei 120-Volt-Steckdosen und zwei USB-C-Anschlüsse. Damit Sie immer mit Strom versorgt sind. Der intelligente Schlafmodus unterstützt Sie bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines gesunden Schlafverhaltens. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich dieses Video, Erstaunliche Werkzeuge und Maschinen, die auf einer anderen Ebene sind, Teil 1 an.